Ich zeig euch den Fakie Backside Showbird. Ihr fahrt Fakie und dann ist die Ausstellung genauso wie beim normalen Showbird und die Technik ist auch so. Ihr fahrt, zieht den hinteren Fuß, wie beim Fakie jetzt den vorderen Fuß, einfach zu euch, dann dreht sich das Board einmal und dann kennst du dir und fahrt weiter.